Einfach in Frankreich auf Tankstelle getroffen. Mini-Things, Chokobrötchen. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Und die Zuhuzeit. Was ist das für ein Film hier, Bruder? Sag mal bitte. Mit Leiter und so. Man kann oben schlafen. Hier ist ein bisschen crazy, Bruder. Hier ist ein bisschen crazy. Unter Gemälde schlafen und so ein Schiff. Was ist das hier, Fan? Wollah, das Licht hat gerade geflattert, aber auf Koran. Wollah, wir schieben schon die ersten Filme hier. Du weißt, da ist auf diese Bilds dieses Haus hier, ne? Bruder, da sieht alles so süß aus. Doch, das ist das Haus, wo wir gerade sind. Segen und Fluch auf dieses Haus gesehen. Wollah, macht das Auto auf? Dieses Haus ist verflucht, Bruder. Nachts ist ganz andere Weib hier. Auf dieses Motorrad? Ah ja, abgesehen. Wollah, mit dieser Mütze sieht wie Haus siehst aus. Zitze schon Ferrari und Bretter. Vielen Dank.